Dieses Gebet ist für meine Mutter. Sie ist völlig entspannt, im Einklang mit sich und der Welt, ausgeglichen, voll Ruhe und Heiterkeit. Die heilende Weisheit Ihres Unterbewusstseins, die Ihren Körper erschaffen hat, verwandelt in diesem Augenblick jede Zelle, jeden Nerv, jedes Gewebe, jeden Muskel und jeden Knochen und bringt jedes Atom Ihres Organismus wieder in Übereinstimmung mit dem vollkommenen Muster und Vorbild, das in Ihrem Unterbewusstsein aufbewahrt ist. In aller Stille werden alle negativen Muster Ihres Unterbewusstseins völlig verdrängt und Vitalität, Ganzheit und Schönheit des Lebensprinzips durchdringen Ihren gesamten Körper. Ihr Körper steht nun weit offen für die heilende Kraft, die Ihren Organismus erfüllt und Ihr von Neuem Gesundheit, Harmonie und Glück schenkt. Alle negativen Gedanken werden jetzt von Liebe und Zufriedenheit verdrängt. So ist es. 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 Untertitelung des ZDF, 2020